Du willst CDU, darum mach ich Schluss, lass mich bitte bloß in Ruhe. Würdet ihr CDU wählen? Nein. Ja. Nein, Quatsch. Es gibt nichts, was für die CDU spricht. Ich glaube, es hat vielleicht auch das Problem, dass sie so, ich weiß nicht, ich finde es halt so fake. Also ich finde es total viel fake, was sie machen. Könnte die CDU dich irgendwie bestechen, dass du sie wählst? Nee. Wenn die CDU Gras verteilen würde, dann... Aber weißt du, da gehen sie dann mal auf wissenschaftliche Studien ein und sagen so, ja, Gras ist schlecht, Gras ist dies, das, weißt du. Aber auf die ganzen wissenschaftlichen Studien zu Klima oder CO2 oder sonstiges gehen sie nicht ein, oder was? Und jetzt zur Wahlparty der CDU-CSU. Strategisch clever hat man die Junge Union in der ersten Reihe geparkt. Ich sehe, alle beiden jungen Wähler der CDU sind heute zum Mitfeiern gekommen. Na, ein paar mehr waren es ja schon, ne? Sind Sie so gut gelaunt, wenn man sich hier sagt, ach naja, war ja nur Europa? Na, die Bremen-Wei lief doch gut. Ja, aber wenn man das mal abwägt, Europa-Bremen? Glauben Sie, dass die Jugend die CDU heute abgestraft hat? Sehen Sie, die CDU ist die stärkste Partei geworden. Wir haben gesehen, dass unsere Parteiführung gesagt hat, dass wir manche Mängel haben und dass wir manche Mängel haben, kann ich nur unterstreichen. Wir müssen als Union insgesamt daran arbeiten, wieder jünger, cooler, offener zu werden. Ist die CDU cool? Das ist so eine Sache, ne? Was verstehen Sie aber jetzt bei Politik unter cool? Haben Sie mal den Robert Habeck gesehen? Die Annalena Baerbock? Sind die cool? Die sind doch cool, oder? Finden Sie? Finden Sie nicht? Also wenn die cool sind, dann bin ich sie auch. Sie sowieso. Die CDU ist cool, nach wie vor. Man sollte nur die Jugend mehr einbeziehen und auf YouTuber auch mehr zuhören. Genau so. Und ich würde jetzt, um das Ganze noch zu steigern, dass wir da auch einen wirklich coolen Effekt kriegen, würde ich Beatboxen. Und Sie machen das dann im Takt nochmal. Die CDU ist cool. Genau, also auf drei, eins, zwei, drei. Die CDU ist cool und sollte mehr auf junge Leute hören. Was kann die CDU machen, um die jungen Leute wieder einzufangen? Also bestimmt der Social Media Auftritt müsste ein bisschen besser sein. Also, ja, wir brauchen halt wahrscheinlich junge Leute wie Philipp, also, naja, Philipp Amthor ist ja jung, also offiziell. Ich will nur eins sagen. Wenn Riesow in seinem zweiten Video gesagt hat, dass es einen Konsens über eine wissenschaftliche Erkenntnis gibt, ist das ein Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Richtigkeit, die ich in der Demokratie ablehne. Also, wenn jemand sagt, 99,8 Prozent der Studien sagen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, dann kann man nicht sagen, alle Studien besagen das. So würden Sie es nicht aufrunden? Wir haben ja erhebliche Anstrengungen unternommen gegen den Klimawandel. Lachen Sie sich so dusselig. Es ist so. Sie können doch nicht sagen, dass in den letzten 30 Jahren nicht erheblicher Umweltschutz gemacht worden ist. Sie können sagen, da ist nicht genug gemacht worden. Ja, das sage ich auch. Aber Sie sagen, dass gar nichts gemacht worden ist. Und das ist schlicht dumm, Sir. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich haben Sie das zum Ausdruck gemacht. Ich habe doch nicht gesagt, es ist nichts gemacht worden, es ist nicht genug gemacht worden. Da sind wir doch alle derselben Auffassung, das sagen wir doch auch. Wohl ist denn da der Unterschied? Ja, aber warum machen Sie da nicht mehr? Wir machen mehr. Wir haben mehr als alle anderen gemacht in dieser Welt. Aber wenn wir mehr machen als andere Länder, entschuldigt das doch nicht, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele reißt. Wir haben Druck zu machen, dass sie erreicht werden und werden das in vielen Bründen erreichen. Und deswegen machen wir große Fortschritte. Und gleichzeitig wollen wir auch, dass der Arbeitsplatz Ihres Vaters erhalten bleibt. Herzlichen Dank. Vater ist Lehrer. Deswegen verstehe ich Ihre Argumentation. Das kommt ja auch der Strom aus der Steckdose. Ja, vielleicht doch ganz gut, dass Elmar Brock nicht mehr im EU-Parlament ist. Und damit zurück ins Studio. Mein Arzt hat mir verboten, mich weiterhin so aufzuregen. Deswegen wollte ich euch allen einfach nur einen schönen Tag wünschen. Oh, scheiße. Überall lassen wir Ihre Drecksrequisiten liegen. Und ihr lasst jetzt gefälligst ein beschissenes Abo da. Oh, scheiße. Scheiße.